Im Team? Ja, in unserem Team, Get Right. Nee, nee, nee. Doch, der offizielle. Ich sag's offiziell. Es ist der offizielle. Oh mein Gott. Get Right. Christopher, Get Right, alles und. Don't stop believin'. Er geht solo rein und wir spielen mit Get Right. Guckt euch die ganzen Abzeichen an. Porter, Finalist, I am Kartowicz. Wir machen Test-Game mit Get Right. Das ist der YouTube-Titel. So, jetzt müssen wir kommen. Hallo, Team. Wir müssen Get Right outfracken. Full try out. Hallo. Oh, Scheiße. Er hat geredet, er hat geredet. Was für ein motiviertes Team denkt, dass ich jetzt aber... Ich glaube, er hat schon abgesagt, aber ich bin... Nein, Gott. Hat jetzt schon alle offiert. Oh, die haben alle hallo gesagt. Hallo, B. B. Ich choke, ich choke, ich choke. Nein, Get Right ist enttäuscht von mir. Nein. Get Right lebt noch, alles gut. Ich hab mal einen gettet. On B. Oh mein Gott, Drücker. Das ist deine Vaterfigur. Oh mein Gott, ist der drauf. Ja, aber... Yes, nice, nice, nice. Ich hab nie so seriös gekriegt. In keinem 99-Damage-Game. Ich bin seriös. Werdfoy, ihr könnt jetzt einfach Get Right ausführen. Kevin, traust du dich, Get Right zu fangen, ob der lang supportet? Weil der Trash auf B war oder so. Wir gehen lang durch, wir gehen lang durch. Da schnappen. Ich kann nicht rüber. Ich kann nicht rüber. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, block mich doch nicht, du Sausack. Mann. Vor Get Right blockst du mich? Mann. Ne, Get Right ist Mitte. Nein. Hinter dir dauer. Hinter dir dauer. Ja, guckst du, wie du schierfst. Mann, warum ist der Voice denn so leise? Mann, man hat nix. Da bist du mit Get Right im Team und Voice funktioniert nicht. Ich mach Voice, ich mach Volleyball auf eins jetzt. Ist mir klar. Was spielt der da nicht für ein Budget Knife? Das ist nicht mal FM. What is this Budget Knife? Viel Tested Slaughter. Oh Gott. Früher hätte er das geholt. Was ist das für ein Jump? Ja, ja. Kugli? No. Der alte Get Right hätte das gehabt, Mann. Der hat drei Frakes, nur Dalo hat auch drei Frakes. Ja, ich halt ja mit Get Right mit, aber wo seid ihr? Einer von uns muss am Ende über Get Right stehen. Der spielt um sein Leben hier. Suicide. Der spielt um seine Ehe hier. Lock. Lock. Boss Zeps. Jo. Achso, das war... Lotto. Oder wo, oder? Der Slow, der Slow. Der hat schon Hits. Der hat mindestens zwei Deagle Hits. Ja. Ich kann es mal glänzen. Richtung B weg. Warum ist der Ingame Voice so leise? Ich höre halt gar nichts. Vor sieben Tagen letzter Update in der Beta. Der ist doch noch hier, oder? Ist er so schnell weg? Ja. Was wärs? Ja. 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 Du play one more? One more? One more? Also, als würden wir uns nicht kennen. Sind da alle dabei? Ist das ein Deal? Ja. Okay. Ja, 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 ja. Two guys lower coming. Ist ne B drauf? Two guys lower. Nein. B ist eigentlich safe. Außer sind die Mitte durch? Hat jemand nen Short? Ja, get right so halb. Aber die können da durch. Ja, wenn... Da hat auch nicht mehr ein Short. Ich hab Short. Short. Lass die durchlaufen, Bruder. Lass die durchlaufen. Ich hab Cross. Ich hab's nicht. Wird's accept? Was denn jetzt? Guck lang, guck du Short. Get right, call nicht. Nein. Let's have a B. Nein, Dalu. Nein, Dalu. Du kriegst von Get Right. Und der hat nur ne Tegel. Der nimmt dich nicht mehr ernst. Das hätte dein Sprung-Rib sein können. Ich gehöre ihn nicht. Ich hör ihn. Bringst du mir mit? Ich muss Get Right gleich fragen, ob wir noch mal spielen. Das ist schon ein Vibe. Der pusht lang. Der ist noch am Puschen. Ich treff gar nicht mehr. Ich treff gar nicht mehr. Aber... 1 B. Auf B. Short. Schöne, Bruder. Bomptown Short. Das ist so schade, dass das Audio, das Voice so leise ist. Du hörst halt nichts. Lass der FK. Nein, jetzt treu ihn ja noch rein. Ich jag den. War Fax. Appa. Thank you. Thank you. Bam. Du kannst Voice scale höher stellen. Das ist kaputt, der Command. Der macht nichts. Der kann es auf Tausend stellen. Das erinnert nichts. Kann man nicht das Game ultra leise machen? Dann halt einfach nur... Game found out. Ne, ich meine überall Volumen. Dann so ein Volume. Dann ganz hoch halt. Auf runter. Was rede ich überhaupt? Ja. Was rede ich hier? Erzähl mal runter. Du lass mich doch mal in Ruhe. Du blockst mich. Du blockst mich vor. Das ist unfassbar. One shot. One shot. One shot. Ich geb Getroid so geile Support Flashes. Hatte noch nie gesehen. Der ist nur weiß in seinem Stream. Der hat mir nen Friend in meinem Stream. Der ist nur weiß in seinem Stream. Der ist so geil. Das kattet so rüber. Das kattet so rüber. Gute Support Flashes. Ich geb ihm so gute Flashes. Er ist nur Gold. Das müsste ein VB sein. Brüder, ich mach auch für dich. Die Flasche. Danke. VB, Mervin. T-Spawn. 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 Probest du wie Getroid das bespielt? Er geht. Nein. Er geht. Wir spielen gegen Getroid und er geht. Lower. Oh, Kevin. Oh, Kevin. Oh, Kevin. Oh, zum Glück lebt Getroid noch. Er hat's nicht gesehen. Guckt euch jetzt an, was hier passiert. Er darf nicht klatschen. Er darf nicht klatschen. Er darf nicht klatschen. ESL One Champion. 2014. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 2014 ist lange her. Jetzt müssen wir auf drei alle zeitgleich Ingame Nice Try sagen. Ich hab schon, hab schon, hab schon. Drei, zwei, eins. Nice Try. Nice Try. Oh mein Gott. Nein, das war too much. Doch, das ist richtig gut. Röder hat ihn gedroppt. Oh, nice. Er hat das Getroid gedroppt. Was? Der soll meine Waffen nehmen. Hier. Komm, komm mal. Nimm die. Nimm die. Nimm die. Die Dragon Law. Der muss die einmal anpacken. Ich bring nochmal hin die Ava da. Bitte einmal die Dragon Law Blessing hin. Ich bring die. Nimm die. Nimm die. Leg ihn hin bis Schwach! Ja. Mann, nicht so schlimm was ich ginka Mal das. Er siel, Manns skull. quemご. goat mein Das kann ich nicht fassen. Ist es jetzt, dass ich ein HE und alles explodiere? Ich setze mich drauf. Lass den Bann abholen! Ich setze uns alle drauf. Und er kriegt 7 days. Warte. Will ich gebannt, wenn ich jeden von euch nade? Nein, wir kommen zurück. Wir gehen weg. Oh, rein! Hör auf! Jetzt raus! Hey! Ich habe nichts bekommen. Ich habe nichts bekommen. Ich habe einen Haul gefunden. Ich habe einen scheiß Emperor. Ey, die ist nicht so schlecht. Siehste, da gibt es richtig stark. Mein Emperor wieder. Die holen Dalu, aber es geht keiner B. Noch einer kurz. Scheiße. Oh, Gatroyd könnte das sehen, ne? Ist er tot? Ja. Ich bewerbe mich jetzt hier als Topspieler. Ich call noch seriös mit Clear. Geht er durch Short? Ja, ja, geht durch. Er geht zurück. Wuuu! Let's go! Wowee! Oh, kein Kommentar. Das ist bitter. Wir nehmen uns einfach so hin. Was? Ich habe vor dem geschossen. Suicide. Oh, da aimt es einer ab. Kevin Segerson. Nein, Gatroyd ist tot. Ich habe einen Track gemacht. Gatroyd ist tot, Leute! Gatroyd spectatet euch! Macht keinen Scheiß jetzt da! Okay, jetzt macht was Gutes. Mach's seriös, bitte! Nein! Nein! Oh, wir sind jetzt in einem neuen Team! Von Gatroyd machst du da eine Schnurzflash! Er nimmt uns nicht auf! Niemand es weiß! Niemand! Ja, ja, ja! Genauso! Wo sind die Mates? Ja, schön! Komm mal, Bruder! Von drei, ey! Mehr, mehr, mehr! Gut, Push! Komm mal! Da ist noch was, Jalu! Ich habe auf Smoke gewechselt, danke! Ich habe drei genommen! Hinter uns! One upper! Wuuu! Er nimmt es einfach hin, Mann! Ich perform hier! Er hat einfach gerade meinen Revolver dann gehabt, ne? Leider, du musst ihn doch einholen in den Fracks! Wir haben gesagt, er muss mehr Fracks haben als er! Und der letzte fragt! Dann müsste er mich mal in Szene setzen! Ja! Und vielleicht mal Gatroyd auch killen! Vielleicht auch! Ich weiß nicht, ob ich da noch fragen soll! Oh, ja! Drückst den dreimal weg! One play one more! Wie war der Kill nicht? Wie war da denn nichts drauf? So! Ist das Gatroyd, der da pusht? Oh, cross, cross 50! Voll lang, oder? Voll lang, oder? Der hat Rewalver kill! Was, was, was! Nice! War das dein Rewalver, Rudder? Ja, ja! Scheiße! Ich sage ihm gleich, dass ich ihm eine Waffe droppe! Nice! I can't drop one! Wichtig, wichtig! Lass mich ihm legen! Ich will ihm legen! Was, 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 was! Ich nehm! Nein! Er kauft Negev! Er nimmt Negev! Man! Wenn der meine Waffe aufhebt, ich kann die für das Dreifache verkaufen! Der muss doch meine Shally M4 nehmen! Ich hab noch keinen Name-Tag für die Shally M4! Die nenn ich dann Touch bei Get Right oder so! What the fuck? Ah, soll ich gegen gehen oder shiften? Geh gegen jetzt! Ich hab Akku! Der hat mich gesehen! Gleich viele Kills für Get Right! Jetzt mach ich hier die Kevin-Flash! Ich hoffe, die geht so! Einer müsste gleich noch noch B kommen! Kevin-Flash ist in Müll! Du hast es doch gesehen halt, dass es nicht funktioniert! Nein, der macht jetzt nicht mit Negev 3, oder? Bitte nicht! Nein, die kommen lang! Ja! Keinen! Bitte! Bitte! Nice, richtig! Nice, oh mein Gott! So, ich musste mir jetzt mal eine Shally M4 geben! Warte, warte, warte! Mann! Ja! Er hat sie! Er hat sie! Er hat sie! Okay! Aber nur wenn er einen Kill damit macht! Jetzt muss er noch einen Kill damit machen! Ja! Oh mein Gott! Touch! Touch! Bei Get Right! Und nicht auf Get Right! Lass uns kurz durch, damit er das da machen kann! Damit er Banger macht! Hey Mann! Why do I have M4? I don't want them for! Hey Mann! I didn't want them for a month! Er hat die weggeschmissen einfach! Ja, weil er ein Nagger spielen will! Er will da bang! Aber egal! Er hat die angepackt! Die trollen die Gegner, oder? Ja! Are they trolling? Sie trollen, aber wir spielen hier ernst, oder was? We are rushed! Every round! We are falling! Please spawn and something! Scheiss! Der Gifter! Oh! Der macht den in Paper-Wall-Bank! Ja, ja, genau! Hat er gerade schon versucht! One to one! Aber geht der noch? Da ist er geblieben! Du siehst doch, wann das Update kam, das letzte! Von Blau? One Shot! One Shot! Okay, Daru ist langsam auch on track! Ja, ja! Nein! Nein, der hat einen! Ich hab auch die ersten Linksrunden mich einfach kaputt gelassen! 99 One hab ich's ihm gegeben mit der Nagger! Man! Alter, da musst du mich noch in Szene setzen im Lang! Ja, okay! Ich flash dich! Also ich flash links von dir, ne? So in den Rücken! Du kannst einfach peeken! Du gehst einfach... Du peekst einfach! Nee, nee! Flash mir lieber lang rein! Die sind hier vorne eh noch nicht! Die campen hier! Kommt nie einer auf! Okay, geh durch! Wir sind da! Scheiße, scheiße! Hast recht! Oh, die Flash war gottlos! Die sind aber back gegangen! Ich hätte dich da locker reinflashen können! Es ist so laut! Es ist freiglich laut! Schöner, oder? Wo noch? Wollte nicht! Ab passt, freig! Schicklauer! Kommt dann schon! Hä? Und warum kriegt er einen Assist? Dann hab ich den gebankt! Äh, ohne A! Oh ne! Hä? Wie kommen die denn an? Der darf sie nicht machen! Nein! Hell yeah! Was machst du? Hell yeah! Hell yeah! Ich push jetzt! Ich geh jetzt hier voll rein! Hab ich einen! Ich bin blind! Du hast einen! Du hast einen! Wo sind die? Weg! Nein! Er nimmt mich no scope! Oh Gott! Das war ganz knapp! Last middle! Oder? Okay, dann weiß ich nicht! Ah! Auch AWP! Ein Hitmano! Ich mach jetzt einen Ace und dann bin ich for get right! Wir sehen uns! Ja komm mal! Komm mal! Ich mach jetzt einen Necalf und stell mich da auf! Double AWP! Nein! Du Dreck-Sau! Der ist drin! Dem hat er schon längst gefixt! Und wir ratzen einfach mit dem Wanderbein! Mann ey! Das ist irgendwann noch hartbleiben! Ach du mal! War AWP in Dave! Nein! 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 Also Get Right liefert aber auch Quality-Content seinen Stream gerade! Seit 10 Minuten steht er da und rast den Pfeiler rein! Nein! Für wahrscheinlich alle drei games! Nein! Nein! Er hat einen Kill gemacht damit! Oh, er hat ihn ja noch gemacht gleich! Nice! Okay, komm! Aber einer! Also wirklich jetzt! Also Kevin muss schon savefragen! Der ist down! Wo ist der mit der? Ich hab einer am Bild! Okay! Aber ich bin auch verflucht, das Game kurz! Okay, komm! Ich bin punktgleich jetzt! Nein! Das war Get Right! Wo ist Lars? Der muss A sein! Auf Get Right schießt er nicht ein! Was war er nicht lang gepusht oder so? Ja, ja! Lang gepusht! Er wurde genommen, Short! Kannst du mich boosten? Ja! Komm, komm, komm! Was macht ihr denn da? Ich mach Kuckli! Nein! Zu arrogant! Nein! Der Hund ist weg! Nein! Bruder! Bruder jetzt! Revolver Kuckli! Das ist so Sau, Bruder! Nein! 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 Wir haben's wirklich mit der Runde geschmissen! Jetzt muss er ja nicht fragen! Careers fragt jetzt! Was geht? Ein Kill! Er hat halt clean ein Kill mehr, nur! Es stand auch 10 Runden mit Deckerfeder! Ne! Das geht um sein Leben! Ich würd's mehr als damals bei 14. Das wird ein langer. Komm, 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 bitte fall, head low. Noch einer lang. Oh, ich hab fast Getrad umgeschossen. Ja! Ich bin vor Getrad. Wo sind die Bengels? Ja! Ich bin's, aber ich bin's. Ich fär ein B drauf. Ich bangle in Mitte. Oh, wie ich Getrad jetzt mal lang rausflashe. Mist. Und jetzt Team. Oh, nein. Nein. Ihr müsst ihm lang die Fracks klauen. Hä? Ich supporte ihn. Ja, einer muss sich immer... Die sind langen. Da muss einer immer bei Getrad stehen und die Fracks klauen. Das könnte niemals besser als ich. Klaucht ihm doch mal! Mann, ihr Bobs! Der ist so viel besser als ich. Der hat ein paar Mal schon. Nein. Ach, keinem besser ist das. Und er ist wieder dran. Alles ist weg. Mist, jetzt werd ich aber auch gestimmt hier. Geil. Er ist deep down. Ja, er ist down! Klaus, Klaus. Scheiße. Oh, nein. Der Getrad hat's gesehen, glaub ich. Das ist jetzt peinlich. Jetzt ein No-Scope-Action. Du bist zu ängstlich, Ed. Du bist zu ängstlich. Ja, zu ängstlich. Nee. Du weißt ja nicht mal, was du machen willst. Hast du ja selbst noch nicht entschieden, was das wird. Ich wollte eigentlich auf den Reader von ihm warten. Du bist ja fast gemessert. Ja. Und Getrad wusste das die ganze Zeit mit ansehen. Ja, guck dich das an und denk mal. The fuck. Let's do the famous Mac-Can-Rush-B. Typischer Matchmaking-Mate, ne? Er steht Topspawn, Alarm und Colt, B-Rush. Auf zu blocken. Vorgeräusche. Mann, warum gehe ich vor? Ich brauche die Frames. Wo sind die Mates? Wo sind die Mate-Mates? Spot. Lass ihn liegen. Suicide. Äh, genau da. Der ist Katast. Schön. Ja, der Sound. Warum hätte ich hier abgemolid? Boop. 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 Jaaaa. Scheiße. Der darf jetzt nicht ausrasten. Einen Kill-Vorsprung hab ich. ADR schmeckt auch. Kevin, du bist eh letzter Kiddie. Opfer dich, Kevin. Und dann frag nach... Dann frag, ob er noch eins macht. Der hat unhit, safe. Ich werd geblockt von dir, so ein Bot hier. Nein. Alter, du tust dich jetzt gleich noch. Oder dead low? Drei Leute Mitte. Einer lower. Ja, ich bin so safe. Ich bin so durch. Two mid, one lower. Es ist GG. Mitte unten. So was macht Getrad. Der darf nicht mehr als zwei machen. Nein, 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 nein. Der legt, der legt, Kevin. Der legt. Du musst jetzt zaubern. Oh mein Gott, Kevin, wenn er einen Kill macht, hat er den Punkt gleich, ne? Aber Rot hat mehr Damage, dann ziel Damage vorgleich. Du musst beide machen. Der Trott. Oh mein Gott, Roter muss gleich fahren. Noch einer, noch einer. Oh mein Gott, muss Roter fahren? Nein. Nein. Und er holt die Runde. Nein, 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 nein. Ob City. Nein, er darf die Runde nicht holen. Oh Gott, nein. Aber ich bin doch trotzdem vorhin, glaub ich, wenn er den Kill macht, oder? Nee. Ihr habt so ein Bot auf 2014 Gewinner? Röder, einer steht close, rechts hinter der Tür. Wollen wir den Feld machen? Wollen wir den Feld machen? Nein, bitte oben. Ey, grün troll. Festgrün. Nein. Hallo. Hallo. Ich war zweimal voll drauf. Ich war voll drauf. Letzter Mitte unten. Das war so gezogen. Das war so gezogen. Das war so gezogen. Ich hab mich so gefreut. Das ist der beste Tag in meinem ganzen Leben. Ja, klar. Gerne. Ich geh auf French Request Arrogan. Ich hab einen White von GetRide bekommen. Ihr nicht. Ich hab einen White von GetRide bekommen. Bitches. Ich geh durch hier rein. Tschüssi. Das ist sicher. Das ist sicher. Er fragt nach TeamSpeak. Schick ihm die Tests, oder? Ich weiß genau, wie das laufen wird, ne? Wir träumen die ganze Zeit rum. Der kommt in das Voice und keiner kriegt mal einen Ton raus. Schick ihm die Daten. Der soll sich anstellen hier. Schick ihm die Daten. Dann hören wir ihn auch mal. Hi. Hallo. Hallo. Ich dachte, ihr seid spät ab und nicht 4-stacken. Nein, nein. Wir waren 4-stacken. Und wir konnten sie überhaupt nicht in dem Spiel hören. Die Stimme ist so kalt. Ja. Ich denke, es ist auch nur, weil mein Zimmer sehr echoing ist. Du kannst es jetzt hören, wenn ich hier spreche. Es klingt sehr schlecht. Das ist das gleiche für mich. Ja. Aber es ist auch so, wenn ich sie spielen, ich kann nicht mit euch oder anderen spielen spielen spielen. Ich gehe in und spielen und dann mache ich meine super-stacken. Du hast gerade angefangen zu spielen, oder? Das war es heute für mich. Ein paar Tage vor. Ja. 2 Tage vor. 2 Dosen. 2 Dosen. 2 Dosen. Ich denke, es ist unten unten. Ich glaube, es ist unten unten. Ich glaube, es ist unten unten unten. Ja. 1 Dosen. 2 Rens. 2 сбöse 1 CT. Falls ihr aus. Ja äli? Ja äli. Ja äli. So, was du denkst hast par der CS2? あの, ich habe noch gespielt Prom returnsiv. Ja, ich bin so entertainend. Folgend, ich finde, es ist echt divert Yea. Oh, Tôi jung. 1 CT. 1 B noch mehr. Then CT. Ja, das ist schlecht. Wir können es trotzdem nehmen. Ja, wir können es noch nicht nehmen. Ah, ja, es ist gut. Oh, das ist schlecht. Oh, das ist schlecht. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Ich habe Internet-Lex. Ich habe Internet-Lex. Ich habe Internet-Lex. Hey, man, das ist nicht so schlecht. Ich wohne in Deutschland. Ich wohne in Deutschland. Ich wohne in Deutschland. Ich wohne in Deutschland. Ich bin 20 Jahre alt. Das war 10 Jahre alt. Das war ein langes Mal. Ich habe die andere Farbe-Lex. Oh, das habe ich wirklich. Warum? Ich habe das nicht. Aber ich glaube, man kann es nicht verraten. Wenn man eine T-Smoke bekommt, man kann es nicht verraten. Ja, aber auch, wenn du auf der City-Side und du versuchen eine Sneakie-Plase, dann gibt es vielleicht ein Platz. Wenn du eine Ninja-Defuse vielleicht nicht auf der Pro-Level, aber auf der Casual-Level, wenn du eine T-Smoke für ein Ninja-Defuse und du siehst es ein City-Smoke, dann ist es wahrscheinlich ein Ninja-Defuse. Ich habe eigentlich nie gedacht, wie das. Nice. Aber ich habe nie gedacht, wie das. Das ist wahr, aber ich denke, ich denke, es gibt mehr Möglichkeiten in diesen Games, in den Beginn, wenn alles fresh ist. Das Smokers bucked at Short, right? Ja. 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 Schott, Schott, Schott. Ja. Ja. Oh, ich bin. Ich bin nicht der Bewegung, der. Oh, du fielst nicht auf ReCoin? Ja. Du bist so ein Troll, Mann. Ich denke, es könnte sein, ganz stark. Ich denke, ich denke, sie werden es nicht mehr Ich denke, es ist in CSGO, aber es ist eine Schiet-Comband. Ja. Ich weiß, sie hatten es im Jahr Januar, aber niemand hat es. Jeder hat es auf den Instanz. Super-confusing. Es ist so weird. Es ist so weird. Wenn du dich an den Crosshair zu sein, und dann ist es so großartig. Ich denke, es könnte man es nicht mehr Ja. Ich denke, ich denke, es ist gut, wenn du es neu zu sehen. Ja, für sicher. Und dann kann man ein besseres Verständnis. Es ist so, ich denke, Niko hat gesagt, ein lange Zeit, aber die Leute vergessen. Warum ist er die Recoil-Kommand, die, 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 Er sagt, er benutzt es, weil er will verstehen, wie er die D-Gild in eine bessere Weise kann, wie die 1-Tab-Leute. Und es ist gut, dass es ein bisschen zu trocken mit ein bisschen. Das ist ja, das ist ja. Das ist das letzte Mal, dass du in der Lobby bist. Hey, 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 hey. Ich habe nichts gemacht, niemand sah das. Niemand sah das, man. So, wenn du in Deutschland lebst, wirst du noch ein bisschen, wenn wir Deutsch sprechen? Wenn es 5 Jahre alt war, würde ich 100% verstehen. Aber jetzt ist es zu lange. Ich will lernen, dass es von T-Spawn zu Doppel-Doors auf B ist. Ich finde, es ist nicht so schwierig. Ich habe einen, heute. Ich kann versuchen, es ein bisschen zu smoke. Ist es easy, doch? Kind of, ja. So, wir gehen in diese Richtung und jumpen. Like das, ich denke. Ja, ich denke, es sind die einfache. Ich denke, es sind die einfache. Ich habe es noch nicht mehr als eine, oder? Es war nicht. Es ist auf dem Topf. Es ist auf dem Topf. Ich habe es. Ich habe es in einer Weise. Ich glaube, ich habe es ein Pillar auf dem Topf. Aber ich habe es noch mehr zu dem Topf. Ich glaube, ich habe es ein bisschen mehr zu dem Topf. Genau. Es ist eine, die ich gesehen habe, von Kristall. Der Germaner Spieler hat es hierher. Ich habe es hier. Und dann, wie, ein bisschen mehr zu sehen. Ich denke, es ist hierher. Und dann, wie, wird es anfangen. Und dann, wie, ein paar Be-Rush. Und dann, wenn du das, wenn du das Spawn hast, dann, wie du das Spawn schulst. Wenn du in B. Why do you think they opened the skyboxes now? And they never did it before. Like it's an easy fix for mapmakers to just open the skybox. I have a memory of someone Ascient in Seattle in January. But I don't remember the answer for it. We did ask for it, but yeah. One pit. Oh, okay. I honestly think the Patrick guy might be cheating. He shoots so quickly. He's so quick with the op. Oh, he's pre-firing Dalu even. Er hat mich da so schnell gekillt mit dem Account. Glaub ich dem das nicht, ehrlich gesagt. One tunnel. Coming to you. Oh, shit. I thought you said tunnel. Oh, two low, two low. Nice. One more. That's low, Exo? Two on B. Yeah, the bomb is not for you. Sorry. Yeah? Four on up. Oh, what a shit. And half. It half. Oh, holy shit. I just noticed my stats. It's not good. Ich werde, ich werde, ich werde die Farmers mal mittragen. Für den Fall der Fälle, dass Getray gleich mal keine Waffe hat. Und dann gucken wir mal, ob der Burst-Trick bei ihm auch klappt. Nice. One more low. Oh, sorry. Last should be tagged. No, he's not. He's not. He's not. Shit. Nice. Let's go. I mean, I had to start climbing, you know? I had to start climbing. That was the thing. Yeah, yeah, yeah. I can't make myself look like a fool, you know? He might be coming B. Okay. One more. One more. One more. Nice. Nice. We'll drop the Famas, I don't like it. Oh, no, 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 no. Let's go. I always tell this. If you don't like the Famas, you have to start believing in it. And then you're going to get the highlights. Yeah. And then it will reward you. Exactly the same with the Galil. Show me. Show me. Show me. I mean, now I'm going to fail with it, but still. I will flash you over long. Yeah, give me a second. I'm flashing first. You can flash now. Yeah. Coming. One B. Wait, there's a fucking burst. There's a burst on it first. I wanted to. You really wanted me to. Sending me to the death there, man. We did the same to KennyS like a year ago. He was probably screaming and trying to do an entertainment role with it. Hey, man. He kicked his chair. He kicked his chair, I think. Oh, wait. I can knife top me now, I think. Yeah. Oh, nice. Nope. No. Oh, no. What? Oh, sorry. I didn't know. Oh, sorry. I was muted. I was muted. Wait, you were muted as well? Yeah, yeah. I was muted. Oh, such a douchebag, man. Come on, man. I apologize. I got really robbed there. I was basically standing behind them. Until they get one-taps. I'm like, what? Spawn. Ah. Oh. There's a knife kill. No! No! Why is he holding? That's a knife kill. No! Oh! He has to be low. He always taps me. Nice shot. Why is he hiding and holding suicide? Oh, thank you for. Last is the... Patrick guy. Afk. I believe. Money. Spam hier gerade, inspect und reloaden, wie man das sonst immer macht. Normalerweise dreht sich das Ding um deine Hand, das ist einfach all over that place. Es ist einfach besser. Und das ist nur eine von den Mapsen, die nur die Color Remake bekommt. Ja, Nuk und Overpass wird so, so nice. Ich hoffe, dass sie das gezeigt haben, was sie gezeigt haben. Weil, wenn wir in Januar versucht haben, war es so dark. Du konntest nicht sehen, dass sie lange pecken. Du konntest sie auf Barrels oder B. Du konntest sie in Underground. Specially City Models. Wir versuchen verschiedene Models zu sehen. Du konntest sie manchmal nicht sehen. Das Video war eigentlich ziemlich gut in terms of Visibility. Ja, das ist einfach so. Ich hoffe, es ist die Video. Weil die Video war viel brighter. Es war wirklich, wirklich dark. Ridiculously dark. Automated. Ein weiteres. Dann können wir alle mit Glocks und die Rattlesnake-Taktik? Was ist die Rattlesnake-Taktik? Du wirst es. Das ist das. Oh, okay. Das ist das. Oh, das ist das. Oh, das ist das. Oh, das ist das. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ein weiterer. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin der einzige, der wirklich noch nicht in der Zeit geht. Du bist der der sehr dedicated. Du bist der definitiv. Ich bin nicht mehr. Ich meine, die Qualität der Spiel ist nicht so großartig. In der Limited Access. Wir haben so viele Leute, die einfach nur aufgefahren und einfach nur aufgefahren. Und keine Matchmaking. Ich bin nicht mehr. 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 Oh, das ist das. Ich bin nicht mehr. Einmal mehr. Habt ihr das gesehen? Das habe ich gerade zum ersten Mal so gesehen, wie der durch die Smoke gerannt ist und da ist so eine Rauchfahne dem Model hinterhergezogen. Das habe ich so jetzt gerade das erste Mal bewusst so gesehen. Das ist ja mega geil. Was released to get access or allowed. Must have been fun. Yeah, it was super fun. Three days of non-stop CS2 action. In front of door. Not window, I think he's out in the door. In the door right now. In smoke now, in smoke now. Ah, one slow in the middle. No. Last middle, last middle. Wait, what? I didn't even hear him. Bottom mid or left side. One shot low. He's dinged. I fuck him. Wait. Which one? I fuck him. Give me a second. Nice. Yeah, yeah, yeah. One HP. The B guy. Fuck him. Fuck A guy. I'm going for the first televised flash kill in CS2. I got fucked. Maybe not. He's low HP on B. He might be one HP. Seriously. Oh, maybe not. 81. On B, on B. You rush. You rush. 2B, 2B. Oh, nice. Oh, no. Wait, one more tunnels. What the fuck are they doing? Lower. Lower. I have a mouse issue. I have big mouse issues. My mouse is broken. Oh, nice. I've got this. I've got this. Wait, why? Why? Hey, sag mal. Es ist doch irgendwas komisch, oder nicht? Mit den Snipers. Das könnt ihr mir doch nicht erzählen. Das bilde ich mir doch nicht ein. Ich erzähle die ganze Zeit, irgendwie fühlen sich die Sniper komisch an. Dass die Schüsse nicht connecten. Also, da waren noch zwei von drauf, oder nicht? Nice. One. GG's. 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 I've had enough of Dust2 for a lifetime now. Until tomorrow morning. Yeah. But the last update is like, what? Seven days? Exactly now? So, maybe tonight? Go. Overpass tonight. Overpass, Inferno, Nuke. Will be cool to see Cobblestone, actually. Alright, beautiful people, I'm heading out. Yeah, same. Thanks for the games. Have a good night, boys. Thanks for the games. Bye-bye. 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 Bye-bye.